Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Dienstag, den 3. September. Heute haben wir dabei Telekom Stream On, Apple Watch, Google Maps, Vodafone und Facebook. Beginnen tun wir mit der Deutschen Telekom. Die hat ja den Dienst Stream On, in dem man praktisch ohne Auswirkungen auf den jeweiligen Datentarif diverse Dienste nutzen kann. Und zwar ganz konkret 256 Partnerdienste im Bereich Musik, 125 im Bereich Video, 38 für Gaming und 10 für Social Media und Chat. Und da kommen regelmäßig neue Dienste hinzu. Und auch jetzt zum 1. September sind wieder neue Dienste hinzugekommen. Und zwar im Bereich Musik und Audio ist dort jetzt dabei Absolut Bella, Absolut Hot, Absolut Musik XL, Absolut Oldie Classics, Absolut Relax, ist genug jetzt mit Absolut, Apfelfunk, Disco Fox FM und Geo7, wenn man es so ausspricht. Im Videobereich ist das hauseigene Magenta Music 360 dazugekommen und es gab nichts Neues in den Bereichen Gaming und Social Media und Chat. Also wenn ihr Stream On Nutzer seid, freut euch da vielleicht drüber, denn es gibt wieder mehr für euch. Ja, wo es vielleicht auch bald mehr gibt, ist für Benutzer einer alten Apple Watch. Denn jetzt kommen die ersten Gerüchte und auch Details raus, dass beim Apple Event nächste Woche nicht nur neue iPhones vorgestellt werden, sondern auch eine neue Apple Watch aus Keramik und Titan, die dann auch mit einem Feature kommt, was viele schon länger vermissen und zwar dem Schlaftracking. Und da dieses auf Sensoren setzt, die auch schon bereits in älteren Modellen der Apple Watch vorhanden sind, bekommen vielleicht auch Nutzer dieser älteren Apple Watches dieses Feature freigeschaltet. Da müssen wir einfach mal abwarten, ob das wirklich passiert. Interessant wird es ja dann zu sehen, wie das generell so angenommen wird und funktioniert, denn viele Nutzer nutzen ja eben nachts die Möglichkeit, die Apple Watch zu laden. Tragen sie dann dementsprechend nicht und dann ist natürlich Schlaftracking jetzt nicht so sinnig. Dafür soll es wohl auch Möglichkeiten geben und Features, die Apple eingeführt hat mit dem Feature entsprechend dann. Ja, da bin ich auf jeden Fall gespannt. Nächste Woche wissen wir da auf jeden Fall auch mehr. Ja, Google Maps, die haben jetzt still und heimlich serverseitig neues Feature freigeschaltet für die Android-Nutzer von Google Maps und zwar Street View auf Ebenenbasis. Sprich, man kann sich eine Ebene einblenden mit den Street View Straßen, ähnlich wie eine Geländeebene oder eine Verkehrslagenebene. Und wenn man Street View einblendet, da werden alle Straßen blau markiert, die Google mit den Street View Wagen abgefahren hat. Dann kann man da reinzoomen und sich entsprechend die Straße angucken. Für iOS ist das noch nicht freigeschaltet. Da müssen die Nutzer noch ein bisschen warten. Und ja, diese Woche geht es los. Die IFA, ich habe ja auch gestern schon darüber berichtet. Und natürlich wird es aber da viel geben von der Telekom und von Vodafone. Und daher war es umso überraschender, dass Vodafone schon vorausgeprescht ist und bekannt gegeben hat, dass der neue Mobilfunkstandard 5G ab sofort ohne Zuschläge für alle Nutzer freigegeben ist. Sprich, Nutzer, die in der Lage sind, 5G zu nutzen, können dies nun in ihrem Vodafone-Tarif machen und zahlen auch keinen Aufpreis mehr. Ja, vermutlich wird die Telekom dann zur IFA auch nachziehen. Das ist ja meistens so bei diesen Features, wo die beiden Telekom-Giganten, ja, mal der eine, mal der andere schneller ist. Ja, letztes Thema für heute. Facebook. Wir hatten ja schon mal diverse Male berichtet, dass Instagram unter anderem damit experimentiert, die Anzahl der Likes auf einen Post nicht mehr anzuzeigen. Also sprich, als eigener Poster kann man selber die Likes sehen, die man bekommen hat, aber das Fremde das nicht mehr sehen können. Und das scheint jetzt auch bei Facebook vielleicht, ja, zur Debatte zu stehen, denn Jane Manchun Wong hat in ihrer Android-App ein bisschen Reverse-Engineering gemacht und herausgefunden, dass da das Feature integriert ist, dass man entsprechend die Likes nicht mehr angezeigt bekommt. Und auf Nachfrage hat Facebook auch bestätigt, dass sie dieses testen. Und ja, ob das nun wirklich kommt, genauso wie bei Instagram, ob es wirklich kommt und auch für alle, das steht noch in den Sternen, aber es wird spannend und ich würde sagen, gefühlt verdichten sich die Hinweise, dass das wirklich dann demnächst irgendwann mal passiert. Ja, das war es dann aber auch für heute. Also wie immer, bleibt positiv. Ich wünsche euch einen großartigen Dienstag und hoffe, wir hören uns dann morgen wieder. Und ja, bis denn. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.